Hallo erstmal und herzlich willkommen zu diesem Video, heute an diesem etwas ungewöhnlichen Platz, nämlich an meinem Schreibtisch, für ein Video, was sich mit der Frage beschäftigen wird, was ein Studium eigentlich kostet und zwar auf die Gesamtdauer gesehen, aber auch monatlich gesehen. Und ich dachte, es könnte vielleicht ganz interessant für euch sein, mal durchzugehen, für was, wie viel ich denn diesen Monat ausgegeben habe. Und weil es eben Ende des Monats ist, bietet sich das auch an und ich würde sagen, los geht's. Weil ich mir das nicht alles merken kann, was ich jetzt sagen will, habe ich mir ein kleines Dokument auf meinem Laptop erstellt, an dem ich mich entlanghangeln würde. Und wir fangen jetzt erstmal mit der Frage an, was ein Studium denn kostet. Und ich möchte zuallererst ein paar Vorbemerkungen machen, bevor ich mit konkreten Zahlen anfange. Die Kosten von deinem Studium hängen sehr von deiner Wohnform ab. Immer noch ist Miete bzw. Wohnkosten der höchste Faktor an Ausgaben. Und ja, das wird sich wahrscheinlich auch über die Zeit, wenn man arbeitet, nicht ändern. Und es macht halt einen großen Unterschied, ob du ein günstiges Wohnheim wohnst, wo du vielleicht nur 200 oder 250 Euro bezahlst, ob du in einem WG-Zimmer wohnst oder vielleicht sogar eine eigene Wohnung hast. Ich meine, je komfortabler, desto teurer ist es halt. Und das hängt natürlich auch sehr von deinem Standort ab. Also natürlich ist München oder Stuttgart oder Hamburg teurer, insbesondere im Wohnen, als wenn du jetzt in Celle oder Marburg studierst. Dementsprechend sollst du es unbedingt auch vor dem Hintergrund betrachten. Und für die Gesamtausgaben, die du während deines ganzen Studiums hast, ist natürlich die Dauer deines Studiums wohl der entscheidendste Faktor. Denn wenn du ein Bachelorstudium hast, in Regel Studienzeit mit sechs Semestern, dann kommst du natürlich viel günstiger weg, als wenn du einen Bachelor und einen Master und zehn Semester machst. Oder wenn du vielleicht dafür sogar zwölf Semester brauchst, weil du halt ein Semester pro Studiengang länger brauchst. Also insofern, je kürzer dein Studium, desto günstiger kommst du natürlich weg. Ich habe für diese Frage, was ein Studium kostet, mal ein bisschen recherchiert und bin dabei auf die 21. Sozialerhebung gestoßen. Und die befragen immer im so, ich glaube, vier bis fünf Jahresrhythmus immer enorm viele Studierende. Also 2016 war die letzte Befragung, da haben sie über 50.000 Studierende in Deutschland zu ganz verschiedenen Themen befragt. Und es geht eben unter anderem in diesen Sozialerhebungen auch um die Ausgaben und Einnahmen, die die Studierenden haben. Für ein zehnsemestriges Studium, also ein Bachelor- und ein Masterstudium mit der Studienzeit von jeweils sechs und vier Semestern, welches du dann auch in diesem Zeitraum absolvierst, berechnen sie durchschnittlich zwischen 36.000 und 75.000 Euro. Das bedeutet, rein rechnerisch kostet dich das Studium monatlich zwischen 600 und 1.250 Euro. Ich verlinke euch die Studie bzw. den Ergebnisbericht auch in den Kommentaren, dann könnt ihr das nochmal genauer nachlesen, wen das interessiert. Und 2016 haben die Forschenden berechnen, gaben Studierende insgesamt pro Monat ca. 819 Euro aus. Davon ist der größte Posten, wie ich gerade schon angesprochen habe, die Miete, mit durchschnittlich 323 Euro, gefolgt von den Lebensmittelkosten für 168 Euro. Und es ist natürlich die Frage, wie realistisch ist es, dass du tatsächlich von 820 Euro im Monat leben kannst. Und ich kann jetzt natürlich nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Insbesondere die Miete mit 323 Euro, damit wirst du in vielen, gerade größeren Unistädten, ich fürchte nicht hinkommen, zumindest nicht, wenn du nicht im Wohnheim wohnst. Also Wohnheimplätze, die sind ungefähr so teuer, manchmal sogar noch ein bisschen günstiger. Das ist eine prima Möglichkeit. Aber wenn du ein WG-Zimmer willst, zumindest hier in München, ich meine München ist auch besonders krass, aber WG-Zimmer fangen eigentlich erst bei 500 Euro an. Und so ab 550 Euro hast du dann auch ein bisschen mehr Auswahl. Und ich würde dir empfehlen, wenn du noch nicht in deiner Wundstudienstadt wohnst, dann schau mal auf den üblichen Portalen, wie zum Beispiel WG gesucht. Und schau einfach mal, was so Zimmer ungefähr kosten. Ja, da siehst du dann auch, wie groß die sind und in welcher Lage, damit du einfach einen Einblick bekommst. Weil wenn du dich jetzt an diesen 320 Euro orientierst, und aber in München oder Hamburg, Stuttgart, wahrscheinlich auch Berlin studieren willst, dann wirst du damit nicht hinkommen. Und wenn du dann damit rechnest, ist es natürlich schlecht. Das heißt, informier dich vorher. Lebensmittel 168 Euro. Das halte ich für sehr realistisch tatsächlich. Pro Person, je nach Wohnform, möglicherweise sogar überschätzt. Also mein Freund und ich geben durchschnittlich zusammen 237,21 Euro aus. Wir berechnen das immer schon seit längerer Zeit für jeden Monat. Das heißt, ich gebe ungefähr 120 Euro für Lebensmittel aus. Die haben hier jetzt 170 ungefähr gerechnet. Wir rechnen da, Essen gehen nicht mit ein. Ich glaube, wenn man das mit einrechnet oder man alleine wohnt, das ist ja tendenziell teurer, wenn man halt die Sachen nicht miteinander teilen kann, dann kommst du mit dieser Zahl, glaube ich, auch sehr gut hin. Wir folgen bei unserer Ernährung übrigens auch keiner bestimmten Diät. Also wir sind jetzt keine Veganer oder Vegetarier, wir essen alles. Wir kaufen aber ziemlich auf Bio, vor allem bei so Milchprodukten, Obst und auch Fleisch. Also selbst damit kommen wir noch günstiger weg, als die Sozialerhebung hier erfasst hat. Weitere Faktoren, so sagt diese Erhebung, sind Kleidung mit 40 Euro und Kommunikation mit 31 Euro. Und bei Kommunikation gilt halt wahrscheinlich Handy und WLAN vor allem rein. Das ist ja sehr einfach für dich zu berechnen. Also ich meine, was hast du für einen Handyvertrag, was gibst du dafür pro Monat aus? Ich meine, das wirst du ja wissen. Und dann kommt es eben sehr darauf an, ob du das Internet zusätzlich zu deiner Wohnung bezahlen musst oder ob das in deinem Vertrag inkludiert ist. Also ich wohne ja in der Wohnung meiner Eltern und die haben das zum Beispiel so geregelt, dass wir als Mieter nicht noch extra zur Miete das Internet bezahlen müssen, sondern dass das halt drin ist und auch GEZ und so ist da drin. Also ich glaube, wenn das aber nicht mit drin ist, dann kommst du mit 30 Euro schon gut hin mit dann noch deinem Handyvertrag. Es kommt halt immer darauf an, aber das passt, glaube ich, ungefähr. Kleidung für 40 Euro. Auch das hängt wieder sehr von deinem Lebensstil ab. Und dort wirst du ja auch schon einige Erfahrungen gesammelt haben, wie viel du so für Klamotten ausgibst. Also ich gebe nicht im Schnitt 40 Euro pro Monat für Klamotten aus. Das würde ja, also ich kaufe generell nicht so auf neue Klamotten. Und wenn ich mir neue Sachen für mich hole, dann kaufe ich die auf gebraucht. Ah ja, ich komme nicht auf 160 Euro dreimal im Jahr. Das würde ja auch 40 Euro implizieren, dass ich alle vier Monate für 160 Euro, äh, doch alle vier Monate für 160 Euro einkaufen gehe. Ähm, nee, da komme ich nicht drauf. Wobei man jetzt sagen muss, wenn du halt mal neue Winterschuhe oder eine neue Winterjacke brauchst, dann bist du halt auch auf echt sehr viel Geld los. Mobilität wurde mit 94, ähm, Euro angegeben. Darunter zählen sie Auto und den ÖNPV. Ähm, ja, wenn du ein Auto hast, dann müsst du sicherlich mehr los. Also ich glaube nicht, dass man ein Auto für 94 Euro im Monat unterhalten kann. Alleine die Versicherung, Sprit, du brauchst, musst vielleicht Stellplatzgebühren bezahlen oder einen Parkausweis bei der Stadt beantragen, wenn du in so einer Parkzone wohnst. Ähm, ich glaube, damit kommst du nicht hin. Ähm, wenn du nur mit Öffentlichen oder zu Fuß Fahrrad fährst, dann bist du, glaube ich, günstiger. Ähm, und deswegen, glaube ich, ergibt sich auch diese Summe, die eigentlich für keinen von beiden passt, weil die Leute, die ein Auto haben, das wird zwar die Minderheit sein, die werden viel mehr ausgeben und alle anderen tendenziell weniger. Also das Semesterticket in München kostet 200 Euro, das heißt, auf den Monat gerechnet ungefähr 33 Euro. Da ist man jetzt von 94 schon noch ein gutes Stück weg. Aber auch da kannst du dich informieren, ob es in deiner Studienstadt, ähm, solche Tarife für Studierende gibt, denn die sind auch günstiger als, ähm, reguläre Monats- oder Wochenkarten. Krankenversicherung, Medikamente und Arztkosten wurden mit 91 Euro berechnet. Ähm, das hängt wahrscheinlich sehr davon ab, ob du halt gesund bist oder ob du dauerhaft Medikamente benötigst und ob du bei deinen Eltern mitversichern bleiben kannst, denn für Studierende, die unter 450 Euro verdienen und unverheiratet sind und unter 25 sind, ähm, können bei ihren Eltern kostenlos mitversichert bleiben und damit spart man sich ungefähr 100 Euro studentische Krankenversicherung pro Monat. Arztkosten sollten sich in Deutschland ja zum Glück einigermaßen in Grenzen halten, außer du nimmst natürlich private Angebote wahr, die die Krankenkasse nicht übernimmt. Und Medikamente, auch dort hängt es eben davon ab, ob du wiederkehrende, ähm, Leiden hast, zum Beispiel Migräne oder bei Mädchen, wenn die halt jeden Monat Schmerzmittel brauchen, gegen ihre Periodenschmerzen oder jetzt in meinem Fall, ich habe zum Beispiel ein Hautlein, ich brauche einfach andauernd, ähm, neue Creme und die ist halt sehr teuer. Ähm, ich denke für gesunde Studierende, die bei ihren Eltern mitversichert sind, die werden nicht 90 Euro oder was, 91 Euro pro Monat für krankversicherte Medikamente und Arztkosten ausgeben. Lernmaterial, Lernmaterialien hat, ähm, diese Erhebung auf 20 Euro pro Monat, ähm, datiert. Am Anfang des Semesters kaufen halt viele so alles, was sie jetzt halt erstmal brauchen, einen neuen Ordner, Stifte, Karteikarten, Blöcke, etc. Auch das ganze Semester gerechnet macht das aber wohl nur einen Bruchteil aus. Ähm, das Teure für die Uni sind tatsächlich die Bücher, also wenn du dir Bücher kaufen musst, davon würde ich dir immer abraten, außer es sind wirklich Bücher, die du dein ganzes Studium eigentlich brauchst oder über mehrere Semester hinweg. Und selbst dann würde ich dir empfehlen, sie gebraucht zu kaufen, denn Lehrbücher können ganz schnell mal in den dreistelligen Betrag gehen und wenn du dann drei Bücher pro Semester kaufst, dann bist du schnell ein kleines Vermögen los, deswegen informiere dich unbedingt, ob du sie leihen kannst oder vielleicht günstig auf verschiedenen Plattformen, wie zum Beispiel Ebay, Medimops, Freebuy, ähm, was gibt's noch, so Avel, da gibt's ganz verschiedene Bücher, Plattformen, eben gerade für gebrauchte Sachen. Und das letzte, ähm, was hier berechnet wurde, sind Freizeit, Kultur und Sport mit 61 Euro. Auch das kommt wieder sehr auf deine Hobbys drauf an. Ich meine, du kennst dich am besten, du weißt, was du für Hobbys hast, du weißt, was du vielleicht gerne machen möchtest, wenn du in der Stadt wohnst, in deiner Unistadt, das ergeben sich ja für besonders, ähm, junge Erwachsene, die vom Dorf in die Stadt ziehen, dann ganz neue Möglichkeiten. Ähm, jetzt mal ein blödes Beispiel, wenn halt dein Sport Joggen ist, dann zahlst du dafür genau 0 Euro im Monat. Ähm, wenn dein Sport jetzt aber Kampfsport ist und du brauchst ein Studio, dann bist du halt diese 60 Euro alleine schon durch deine, ähm, Studiogebühren los. Oder wenn du im Winter einmal Skifahren gehst, ähm, Tagespass für 40 Euro kaufst und auch noch was auf der Hütte essen gehst, mit Spritkosten bist du deine 60 Euro Monatsbudget an einem Tag los. Ich denke, ehrlich gesagt, das ist zu wenig gerechnet, wenn wir in Nicht-Corona-Zeiten auch so Dinge wie Kino essen gehen oder mal ein Buch kaufen, ein neues Spiel kaufen, wenn wir das alles mit einrechnen, Skifahren, Schlittschuh laufen, vielleicht mal ins Freibad gehen, dann denke ich, kommt es nicht hin. Ähm, vor allem, wenn man dann auch vielleicht noch ein Musikinstrument spielt oder eben eine teure Sportart macht. So, das war's zu, ähm, zu Berechnungen der 21. Sozialerhebung. Und jetzt wollte ich mal mit euch durchgehen, was ich denn im Monat November 2020 ausgegeben habe. Und für Lebensmittel geben wir, ich nehme jetzt einfach den Durchschnitt, denn ich denke, das ist die stabilere Zahl, ähm, im Schnitt ungefähr 240 Euro für zwei Personen, also ungefähr 120 Euro Lebensmittel für mich. Aus, ähm, Medikamente, Drogerie, Arztbesuche etc. Ich hab's gerade schon erwähnt, dadurch, dass ich, ähm, eben eine Hautkrankheit habe, benötige ich regelmäßig Creme und denn November war wieder ein Monat, wo ich wieder mein Vorrat auffüllen muss und dafür hab ich 107 Euro ausgegeben. Außerdem, ähm, verhüte ich mit der Pille, auch die muss man ja privat bezahlen, das waren knapp 80 Euro und dann war ich noch einmal für 20 Euro beim DM, ähm, Sachen kaufen, sodass ich insgesamt auf 206 Euro komme. Das ist aber ungewöhnlich viel, also so viel gebe ich eigentlich nicht aus. Ähm, aber es geht jetzt ja darum, was ich im November ausgegeben habe und insgesamt habe ich für Medikamente, Drogerie 206 Euro ausgegeben. Ähm, Freizeitkultur war der höchste Faktor. Ich war nämlich am Anfang des Monats mit meiner Schwester in der Therme und das ist halt sehr teuer und da hab ich 92 Euro an einem Tag ausgegeben, also das machen wir jetzt auch nur sehr selten, also max zweimal im Jahr, vielleicht dreimal im Jahr. Aber wenn man's dann halt macht, dann ist man halt sein Monatsbudget an einem Tag los, beziehungsweise hat schon an einem Tag überschritten. Ähm, wir haben einen Netflix-Account, der kostet mich 11 Euro. 70 Euro im Monat. Für 21 Euro, ähm, miete ich mein Cello. Ich hab das nicht gekauft, ich hab das gemietet, weil ich einfach erstmal schauen wollte, ob das halt mein Ding ist und ob ich dabei bleibe. 100 Euro habe ich für den Cello-Unterricht ausgezahlt, äh, bezahlt. Ich war zweimal dort und zahle pro Besuch 50 Euro. Ähm, für 16 Euro habe ich ein kleines neues Stativ gekauft und 23 Euro habe ich bei Carstadt ausgegeben. Ähm, für Wolle, weil ich was trinken möchte und noch was für den Adventskalender von meinem Freund, sodass ich insgesamt auf einen ziemlich großen Posten von 263 Euro Freizeit komme. Also ich mein, was wurde ich, 62 Euro, glaube ich. 61 Euro. Budget berechnen die im Monat. Also, ihr seht, ich komme damit überhaupt nicht hin. Ähm, dafür hatte ich halt zum Beispiel keine Ausgaben bei Kleidung. Und ich habe auch viel weniger für Kommunikation ausgegeben. Ähm, nämlich nur 7,80 Euro für meinen Handyvertrag. Ich habe auch, ähm, nichts für Lehrmaterialien ausgegeben, weil ich halt schon alles hatte. Ich habe auch nichts für, äh, Mobilität diesen Monat ausgegeben, weil ich das Semesterticket, also erstens finanziere mir das meine Eltern und zweitens habe ich es halt schon im September gekauft. Ähm, ja. Ja, und dann sparen wir immer noch, also ich meine, meine Einnahmen übersteigen meine Ausgaben zum Glück jeden Monat, relativ deutlich. Ähm, aber wir sparen dezidiert noch auf ein Gemeinschaftskonto mit einer Summe von 150 Euro. Das heißt, insgesamt habe ich 745 Euro ausgegeben. Was die Miete betrifft, äh, ich habe das große Glück, dass meine Eltern mich dort unterstützen. Die übernehmen die Miete. Ähm, für mich, ähm, müsste ich das selber zahlen, und dann wären wir wahrscheinlich so bei 550 Euro, die man sozusagen noch on top rechnen müsste, sodass ich ungefähr auf 1300 Euro Fixkosten kommen würde. Das klingt jetzt, ähm, enorm viel und es ist auch irgendwie viel, aber man muss es ja immer in Relation zu seinen Einnahmen setzen. Und diese, dieser Betrag setze ich dann eben zusammen aus meiner Arbeit. Ich meine, ich habe einen, ich habe einen Nebenjob, da kommt einiges rein. Und vor allem war da diesen Monat, ähm, die Jahresunterzahlung, also Weihnachtsgeld. Und, ähm, meine Eltern unterstützen mich auch noch. Ich habe Geld zurück überwiesen bekommen von einem Veranstalter. Und ich habe auch Geld vom Verein bekommen, wo ich meine, ähm, mein Ehrenamt ausführe. Da gibt es eine Ehrenamtpauschale. Und auch dieses Geld habe ich bekommen. Also insgesamt war der Monat November für mich eher ein kostenintensiver Monat, vor allem durch die Terme mit fast, fast 100 Euro. Das hat schon ganz schön reingehauen. Aber insgesamt, äh, mache ich immer noch ein Plus. Und das ist auch immer mein Ziel. Ich versuche immer, neben dem, was wir jetzt auf Gemeinschaftskonto sparen, auch auf meinem privaten Konto immer deutlich im Plus zu sein. Ich meine, es gibt Monate, da klappt es nicht. Ich könnte mir vorstellen, jetzt im Dezember, da stehen wieder viele, ähm, Weihnachtsgeschenke an. Und, ähm, zum Beispiel, da muss ich auch von Krugebiet nach München zurück mit dem Zug. Das werden die nächsten 80 Euro sein und so weiter. Insgesamt bin ich aber ganz zufrieden. Solange ich immer mit Plus rausgehe, bin ich glücklich. Ich hoffe, äh, dieses Video hat euch ein bisschen Überblick gegeben über Kosten im Studium und vor allem auch realen, mit einem realen Vergleich, was ich denn jetzt zum Beispiel ausgebe. Und ich hoffe, es geht euch allen soweit gut. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.